...Hallover Bismarckstraße, Hannover Messe, Lassen und Reeten, die abfahrt um 18.09 Uhr von Gleis 1 und den Regionalexpress nach Bremen Hauptbahnhof über Wunders, Neustadt am Rüdenberge und Nienburg, die abfahrt 18.21 Uhr von Gleisen Neu. Achten Sie zu Ihrer Information bitte auch auf die öffentlichen Aussprecheransagen. Im Namen der Deutschen Bahn verabschieden wir uns von allen Fahrgästen, die Hannover aus oder umsteigen, wünschen Ihnen einen angenehmen Abend und gegebenenfalls auch eine angenehme Weiterreise. An den Zügen des Nah- und Fernverkehrs. Beachten Sie bitte die Aussprecherdurchsagen am Bahnsteig. Wir verabschieden uns von allen Fahrgästen.